Wo hat es geleckt? Na du blöder Dreckskorb! Bereit für Runde... Alter! Ja, der fällt erstmal in die Wand! Ha ha ha! Der Buller hat einen Platten! Ja genau, der fliegt schon in die Wand! Ich muss versuchen irgendwie zu U-Bahn zu kommen! Verdammt, hier ist die U-Bahn nicht! Warte, die kommst du dir echt mal wieder an demnig, ja? Upsi! Warte! 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 Genau, klar! Schösskorb! Wenn das Ding sich jetzt auf... Wer?! Oh, ich hab schon gedacht! Leut! Mein, ich hab schon gedacht, das Ding geht ganz wieder kaputt, ey! Mann! Boah mit so nem Teil hier! Alter, ist das Ding mal breit! Ist das Ding mal breit hier! Loil! Oh! Ah ok! Ha ha! Da war doch... Da war doch... Da war so ein Typ loil! Wie kommst du weg? Ist voll klar! Ich weiß nicht noch mal was! Ah... Äh... Jetzt sind da KIs... Ich wollte zwar eigentlich die Teile kaputt machen, wenn der jetzt KIs sind... Mh... Dann eben nicht! Dann eben nicht! Woah, 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 woah! Ich bin dem Ding jetzt hier abfliege rein! Geht er sofort kaputt! Ach ja, der Type McLaren, der ist online? Okay. Der mit der neuliche McLaren hinterher ist. So, ui, 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 das war klaus. Hui, ui, ui, gerade so. Uohoho! Uohoho! So! Geh hier schon wieder irgendwo reinjoinen, ey. Habt schon gedacht. Natürlich machen wir wieder 10 Runden. Machen wir Muscle Cars wieder mal. Und dann würde ich sagen, äh, geht's los. So. Mal gucken, ob da jemand reinkommt oder nicht. So. 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 Vielen Dank. Ich habe jetzt wieder Nutzfahrzeuge oder so. Mal gucken, ob ich nachher wieder Nutzfahrzeuge mache. Das wäre mal wieder lustig. Obwohl das zwar ein bisschen arg lang wäre, wenn ich da bei dem Rennen hier Nutzfahrzeuge mache. Mal gucken, dass er da drinnen... Oh, meine Güte, wie sieht der Typ aus. Mal gucken, ob da einer reinkommt oder nicht. Das hört doch bestimmt gleich raus. Mal gucken, ob da einer reinkommt oder nicht. Mal gucken, ob da einer reinkommt. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ich glaube, da kommt keiner rein. Okay, mal gucken. Aber trotzdem, der hat keine Chance, ich sag's dem, der wird keine Chance haben auf dem Level. Ich weiß nicht, Mustang? Ich habe den Mustang zwar getunt, aber ich glaube der Mustang, der ist nicht so schnell. Ähm... Hm... Natürlich nehme ich wieder das Fahrzeug. Und los! Der hat irgendein altes Fahrzeug. Ah, ich habe einen riesen Start. Warum nimmt die eigentlich immer diese Karre? Das ist doch lächerlich. Naja, der fängt doch die gleiche ab mit Sicherheit. Die nehmen immer diesen fiesen Wagen. Ja, das ist ein Witz. Die nehmen immer diesen fiesen Wagen. Ja, das ist ein Wagen. Ja, das ist ein Wagen, der aber nur um Heck rumrutscht. Klar, dass der in der Kurve hier nicht abfliegt. Der überschlägt dich! Tschüss! Mal gucken, ob er raus schoen. Wenn er hätte raus schoen, habe ich schon gewonnen. Die bleibt da. Okay, jetzt fährt er wieder aufschritten. Mal gucken, ob er raus schoen. Mal gucken, ob der nicht verlieren kann, also dahinten, also der fährt noch. Ja, haha, aber durch den Abflug ist der recht weit hinten jetzt der Typ, haha. It's a bitch. Ja, genau, kann's nicht verlieren, war mir so klar. Ah, haha, man, ihr seid alle total, ihr seid alle, ja, die können echt nicht verlieren, die müssen immer rausscheuen, das ist eigentlich ein Feiger, das ist Feiger. Die müssen immer rausscheuen, das kann echt nicht wahr sein. Oh, Vorsicht. Wuiiii, hier. Wuiiii, hier. Ja, wenn er nicht fahren kann, wenn er sich direkt aufs Dach legt, ja. Ja, die meisten haben sich ja sowieso immer nur diese Supersportdinger und deswegen haben ja die meisten auch keine Muzzle-Teile. Ja, dann denkst du immer irgendwie, ja, jeder macht da irgendwie Supersport-Dings, ja, von wegen, von wegen, Leute, nee, nee, nee. Ja, aber das war knapp. Ja. 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 das andere vielleicht sogar mehr bekommt als für das hier, muss ich mal gucken, das andere habe ich ja gestern, also als ich zweiter geworden bin, habe ich glaube ich da 9000, also fast 10.000 für bekommen, als der Typ dann herausgescheunt ist mit seinem Essen, da habe ich dann irgendwie über, glaube ich, oh, das war jetzt so toll, da habe ich dann, ja, über 11.000 gekriegt, oh, hoppla, ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie ich hier kriege, und jetzt geht man dann irgendwie so, bei 20 Stunden bei dem Reihenwert kann man dann irgendwie so 20.000, ne, klar. Da müsste ich vielleicht mal, müsste ich vielleicht mal, äh, mal versuchen, bei diesem, äh, Rampenrenn da, vielleicht mal wirklich 20 Runden zu fahren, weil das ist ja eigentlich nicht so lang, das Rennen, das ist ja eigentlich nur über die Brücke, also hin und zurück, und dann halt da die paar Rampen, müsste ich mal nachher gucken, ob man da vielleicht wirklich noch nie bei 20.000 für bekommt, wenn man jetzt 20 Runde einschwellt, wenn man da wirklich so viel Knete dann wirklich schon für bekommt, das wäre ja mal interessant zu wissen, weil ich weiß, dass man da wirklich, äh, ja, dass man da wirklich, uh, 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 auf zwei Meter anleut, dass man da wirklich gut, äh, mit Geld, äh, da holen kann in dem Spiel hier, so online, mit den Rändern, ja. 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 Ja.